Hallo, ich bin Martin von Moneymonkeys, das ist die Lachsanalyse für nun Freitag, den 22.10.2021, damit dann eigentlich die vorletzte Handelswoche im Oktober, ja, dann kommt schon nur noch eine Woche und dann geht der Oktober zu. Wenn wir unsere Monatskerze im September mal uns geistig vor Augen rufen, ja, steht da schon fast ein Konter im Raum halt, ne. Der Torero hat geladen, der Torero hat geladen unseren gespitzten Hörner, Dax von gestern, und möchte sich jetzt duellieren. Also, zum Freitag sehr interessante Ausgangslage, entweder rammt unser Dax mit seinen spitzen Hörnern, ihm jetzt direkt das Zeug durch und haut ihn zu Boden, oder Torero schlachtet ihn ab und unser Dax schmiert weg. Wenn wir mal gucken, was wir gestern besprochen haben, ähm, passt das eigentlich überhaupt nicht zu dem, was wir gesehen haben, also was heißt überhaupt nicht, das stimmt nicht ganz, aber es passt ja eigentlich viel, viel, viel besser auf das, was wir für den Mittwoch erzählt haben, oder vielleicht sogar schon für den Dienstag, ne. Dieses Runter, auf die 4.15, dieses Schnelle wieder hochstoßen, bisschen seitwärts eindrehen, weiter. Also, das ist eigentlich ein Programm, was hier am Dienstag, Mittwoch schon sehr, sehr, sehr gut reingepasst hätte. Zum Donnerstag schon fast etwas irritiert hat, weil von Donnerstagen kennt man das nicht. Also, wir haben zwar gestern gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass der Dax zwischen 400 und, oder 4.15, was ja, 4.15 und 6.60, 6.70 irgendwie rumspringt. Wenn man das so betrachtet, von unserer Erwartungshaltung ist er eigentlich nur unten aktiv gewesen, ne. Also, ich meine, klar, er ist schwächer reingestartet, hat das Gap schön ausgekontert, hat sich dann aber nach dem Gap-Close auch ganz schön schwer getan, da irgendwie ein bisschen, naja, Schritt zu halten, sagen wir es mal so, ne. Also, in dem Sinne eigentlich, wenn wir Stand gestern gucken, für die Erwartung, die wir zum Donnerstag gehabt haben, hat da viel, viel, viel mehr unten gearbeitet, als das, was erwartet wurde. Das muss man klar sagen, weil für den Donnerstag oben mal raus oder wenigstens mal rein in die 5.50, das wäre eigentlich schon Pflicht gewesen. Von daher, aus der Perspektive muss man sagen, war er schwächer, wie er als erwartet. Wenn ich mir aber anschaue, wie sie sich über den Tag so gehalten hat und vor allen Dingen jetzt, ja, nach diesem Abholen, dem zweiten Abholen von der 4.50, guckt euch nochmal die Videos für den Dienstag auch an, was man da gesagt hat, Dienstag, Mittwoch, da hat man immer wieder gesagt, dass er, wenn er hier nur kurz drunter dippt, ohne dass die 400 bricht und er stößt sich richtig kräftig da rüber, würde das halt einfach eine Flagge bestätigen. So, und wenn ich jetzt hier eine, eine, eine Linie drüber ziehe, dann sehe ich auch schon fast, dass der da schon fast dran liegt, mit den beiden Tiefs. Äh, vielleicht, egal, ob man es als Verkeilung zieht oder als Flagge, es ist eigentlich vollkommen egal. Fakt ist, das erhöht die Chance nach oben. Umso länger der hier nicht rausgeht, umso mehr wird es zu einer Flagge. Und, ähm, jetzt hat er die 4.50, 4.100 auch nicht gekriegt. Also, äh, ich könnte mir, also, hm, wir, wir sagen es mal, wie es ist. Die Chance liegt jetzt eindeutig oben. Aber, und da muss ich das Gleiche sagen wie gestern, aber für all die, die immer bloß diesen Satz hören und dann nicht weiterdenken, ist es zu kurz gegriffen. Weil, auch wenn die Chance oben liegt und die Wahrscheinlichkeit ja sogar auch, muss er oben auch loslegen. Er muss oben loslegen und er muss oben bleiben. Und zwar über 5.50. Er muss sich stabil über die 5.50 rausgeschoben kriegen, hier drüber, dann bricht die Flagge, dann ist er, ist er drüber und dann klack, 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 klack. Rein in den Gap-Klos, 5.95. Das schafft er, wenn er Bock hat, schon vor dem Xetra-Start. Ne, also, wenn er gut drauf ist, zum Xetra-Start oder direkt vor, wäre das dann erreichbar, wenn er am Freitag powern will. Und dann eben auch 6.70 bis 787 erreichbar. Ne, wäre auch für die Wochenkerze eine klare Ansage auf die vorherige Woche, die ja schon recht positiv war. Ne, würde dann dem nochmal eins raussetzen, das quasi auch bestätigen, diese Umkehr, die wir da hatten. Würde sich das Bild wieder deutlicher, ähm, ich will nicht sagen, einhellen, weil ich glaube, das Wort gibt's gar nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ne. Also, ähm, bei aufhellen klingt auch blöd, aber der Chart würde wieder positiver werden, deutlich positiver. Dann wären wir mit dem alten Range drin und dann ist halt auch so ein Allzeithoch nicht mehr weit, ne. Das muss man schon sagen, wenn er hier wieder anfängt, in die Range reinzugehen. Aber da tut er sich ja noch schwer. Sollten wir also zum Freitag sehen, so eine verkrüppelte Vorstellung an der 5.50, 5.60, die aussehen soll, wie ich steige nach oben, aber in Wirklichkeit fällt er bloß wieder zurück, wie so ein kleines Kind, was sich versucht aufzurichten und dann wieder zu Boden fällt, ne, dann, dann, dann würde ich aber auch unter 4.60 zum Freitag ein bisschen aufpassen, ne, weil schafft, also, das ist jetzt eine 1a-Vorlage auf der Oberseite. Wenn er die nicht verwandelt kriegt, dann, dann, dann ist ja irgendwas nicht richtig mit ihm halt, ne. Also, dann, dann stimmt was nicht. Und dementsprechend würde ich dann auch davon ausgehen, dass er da ein bisschen abgestraft wird, dass er ein bisschen gepeitscht wird, weil er nicht liefert, ne. Und das würde bedeuten, dass er unter 4.60 dann noch mal auf die 4.15, 4.100 zurückkommt. Ja, und wenn die dann bricht, wenn die dann jetzt bricht, dann sind es sofort wieder 3.50 und 2.70 Thema. Ne, aber wir müssen ganz kurz sagen, das hier von der Formation her, erste Aufwärtswelle, Korrekturwelle, zweite Aufwärtswelle, Korrekturwelle, Flakke, perfekt. Also, auch nach Elliot Wellen Theorie, ne. Es ist fast schon, es ist fast schon lehrbuchmäßig, wird jetzt hier die 5. Welle kommen. Und die wird sich an der hier orientieren, oder auch an der 3, aber wird jetzt erstmal die hier herannehmen, halt versche Werkzeug genommen. Und demzufolge könnten wir auch oben raus dann entsprechend Ziele uns reinholen, die dann hier für den Freitag tatsächlich im Bereich um 8.45 liegen und 6.70. 8.45 und 6.70, das sind die zentralen Ziele, die er oben raus hat, zumindestens in der kleinsten Version der Möglichkeiten, die er dann oben raus hätte. Ne, kann auch mehr auffahren, das wären, sag ich mal, eher mehr so Mindestziele, wenn er denn tatsächlich jetzt hier noch die Welle rausspielen will. So, also Punkt, Fakt, Ende, aus, können wir ganzes Video abkürzen und sagen, wir gucken auf die 5.50 und 5.60. Das ist für uns die wichtigste Marke am Freitag. Zeigt uns der DAX, dass er stabil darüber bleiben kann. Dann positiv Richtung Gap Close, Richtung 6.70 und Richtung Meer. Kommt er da gar nicht hin, scheitert dort oder blökt sich von dort wie so ein Dummer nach unten, dann gibt's einmal Schwert in die Brust und dann fällt er tot zu Boden. So, in dem Prinzip haben wir eigentlich ein schönes Schlusswort für den Freitag, damit auch ein schönes Schlusswort für die Woche und macht was draus. Holt euch eure Punkte und wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, schönes Wochenende und dann hören wir uns quasi am Sonntag wieder mit dem Video dann für den Montag. Also, ich wünsche euch Spaß, macht's gut und bis Sonntag. Tschüss!